Wann muss ich als Rentner eine Steuererklärung abgeben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Zuge der Rentenanpassung 2020 wurden wir natürlich auch gefragt von vielen Leuten, wann muss ich denn nun eine Steuererklärung abgeben? Ja, pauschal kann ich immer nur sagen, immer dann, wenn ihr zuversteuerndes Einkommen höher ist als 9.408 Euro im Jahr 2020. Und das ist natürlich eine Frage der Feststellung, wie komme ich eigentlich zu dem zuversteuernden Einkommen? Ich habe meine Bruttomonatsrente, die nehme ich mal 12. Ja, also man kann das jetzt auch aufteilen vom 1. Januar bis zum 30.06. und vom 30.06. oder vom 1.7. bis zum 31.12. den gesamten Rentenbetrag brutto, dann habe ich einen Jahresbetrag. Wenn mein Rentenbeginn 2020 ist, ziehe ich davon erstmal den Steuerfreibetrag zur Rente ab. Das sind also 20% vom Jahresbetrag der Rente. Dann ziehe ich von dem Jahresbrutto-Rentenbetrag noch Krankenversicherung und Pflegebeiträge ab und auch den entsprechenden Pauschbetrag. Und das, was dann übrig bleibt, ist ihr zuversteuerndes Renteneinkommen. Das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an. Und damit Sie es nicht so schwer haben, machen Sie bitte Folgendes. Sie holen sich bitte nächstes Jahr, am Anfang des Jahres von der Deutschen Rentenversicherung, eine sogenannte Rentenbezugsmitteilung. Bitte nicht Rentenanpassungsmitteilung, Bezugsmitteilung. Dann erfahren Sie schwarz auf weiß von der Deutschen Rentenversicherung, was Sie im Jahr 2020 für eine Brutto-Rente bezogen haben. Und mit dieser Rentenanpassungsmitteilung gehen Sie bitte zu Ihrem Steuerberater oder zum Lohnsteuerhilfeverein. Und die rechnen Ihnen aus, ob Sie eine Steuererklärung machen müssen. Nochmal, Faustformel. Steuererklärung müssen Sie immer dann abgeben, wenn Sie mehr als 9.408 Euro steuerpflichtiges oder zu versteuerndes Einkommen haben. Das gilt für 2020. 2021 wird der Grundfreibetrag steigen. Das heißt, immer wenn Sie unter diesem Grundfreibetrag liegen, keine Steuererklärung. Wenn Sie drüber liegen, Steuererklärung abgeben. Eheleute, die eine gemeinsame Veranlagung haben, dann gibt es einen höheren Grundfreibetrag. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.